Oh, das heilt so. Hallo, da sind wir auch schon wieder schmackig eine Uhr gekauft. Und dann fahren wir auch schon wieder nach Hause. Meine Uhr? Ne. Da vorne ist Oliver. Sehr schön. Hat mir jetzt gefallen. Habe ich gleich mitgenommen. Mainz. Jawohl. Ja, jetzt fahren wir dann mal wieder heim und essen unseren Salat. Das liebt die Figur. Eieieieiei. Oh. Oh. Sliding. Ja. Was. Ich gehe mit meinem Arsch mit. Sommerfeeling. Herrlich. Kruschelig warm. Heute ist erst Donnerstag. Und am Samstag muss ich hier auch arbeiten. Ach, verdammt. Aber ich habe Frühfecht. Das heißt, ich habe um 14 Uhr Feierabend und dann... Schlecken 3,50. Was machst du? Ist sie jetzt ausgegangen? Gut. Hör auf. Echt jetzt? Ich habe jetzt echt gedacht, sie ist ausgegangen. Das wäre das erste Mal. Hatten wir ja früher schon mal Pech gehabt mit unserer Maschine. Die ist überhaupt nicht gelaufen. Oder einmal wieder gar nicht. Und dann wieder doch. Und dann wieder doch nicht. Ah, das war ein Scheiß. Yamaha MT 125. Ey, die läuft, Leute. Die läuft und läuft. Schon seit Jahren. So soll es auch sein. Taxi. Überhol ihn. Wir wollen nicht mitfahren. Dann vorbei. Schneller. Ja. Wir schaffen das. Weil normal sind Taxis doch immer schnell. Oder ist auch ein Opa oder eine Uni drin. Fahr nicht da schnell. Sonst wird mir schlecht. Ein Dodge. Boah, der Sound. Ich glaube, das hört ihr jetzt nicht. Aber... Boah, lecker. Boah, hohoho. Da kommt einer hoch, du. Ja, der hat Pils. Schenken wir das Auto. Komm schon. Nein. Und schon sind wir wieder in der Stadt. Das heißt, in Nürnberg drin und so. Dann closen wir noch ein bisschen. Okay. Das ist Fußgängerampel ist rot. Abbiegerampel ist rot. Geradeausampel ist rot. Das haben wir einmal schon mal geschafft. Fußgängerampel war grün. Was macht mein Schatz? Er fährt. Jawoll. Und tschüss. Die waren jetzt mit drauf. Aber die hat ganz blöd geguckt. Da fahren wir vorbei am FCN. Klubverkauf. Ja. Manchmal sieht man auch den ein oder anderen. Hallöchen. Jawoll. Oder. Der liebe Herr Köpke. Geht bei uns im Markt einkaufen. Ja. Ist auch manchmal ganz nett. Wenn man dann mal Siaus sagen kann. Ach guck mal. Irgendwie sitze ich nicht richtig auf dem Fuß. Das rastet glaube ich drauf. Mein Fuß schläft ein. Ich muss mich an der nächsten Ampel mal kurz bewegen. Weil sonst fallen wir noch vorbei. Taubsiege weg. Oh sie stehen an der Ampel. Ganz viele. Jetzt muss ich mal meinen Fuß hier. Das ist bequemer. Anschieb. Schieb. Da hat er mal einen Spiegel klappt. Tja. Man sollte auch die Spiegel beim Parken immer einklappen wenn es geht. Hinter uns ist keiner. Oh ja. Der ist voll abgebrochen. Cool. Ich sehe mich. Oh das ist doof. Hallo. Der ist spiegelt voll ey. In die Kurve. Jetzt sind wir in Zappo. Ein kleiner Stadtteil von Nürnberg. Genauso wie Mogeldorf. Nein richtig heißt das Mögeldorf. Aber wir sagen immer Mogeldorf. Dann gibt es ja noch. Nord-Süd. Ost-West-Süd-Stadt. Keine Ahnung. Nürnberg ist groß. Berlin ist natürlich noch größer. München auch. Ja. Aber wir sind schon eine schöne Großstadt. Mit altem Flair. Lohnt sich da mal hin zu fahren. Na Fußgänger. Okay. Nein. Doch. Danke. Ja. Kommunikation. Was nu? Geil. Leck mich. Ach guck mal. Ich kann mich hier auf seinen oberen Schenkeln abstützen. Ach ist das gemütlich. Ja. Als Soziusfahrer ist das auch mal ganz angenehm. Ey. Loll. Erliebt es mich zu ärgern. Ich rieche das. Nein ich merke sogar. Leider nur bis 50cc. Also Roller fahren. Naja. Aber dafür fahre ich immer verschiedene Autos. He he. Da gebe ich da mal so richtig Gas. Hier sind wir jetzt in Mogeldorf. Da sind die ganzen schnicken Anwesens hier. Die kleinen Häuschen. Rechts und links. Sag mal. Habe ich jetzt Spinner zum Arm oder was? Ihhh. Das ist eklig. Ich hoffe die Akustik von meinem Helm ist jetzt auch relativ gut. Dass man den Wind nicht so hört. Aber das will ich nachher mal feststellen. Der hat ja einen super kleinen Klinker. Ich habe Hunger. Ja. Ich habe er gesagt. Ja. Gib mir Frösschen. Jetzt fahren wir noch schön am Dördersee vorbei. Hier parken immer so viele Autos. Da muss man immer so auf die Türen achten. Da hat es auch schon mal gescheppert. Jetzt guck mal hier. Was ist das für eine Aussicht? Und der Turm. Herrlich. Ah ok. Du fährst oben rum. Ja. Weil da ist gesperrt. Genau. Muss ich auch immer andersrum zur Arbeit fahren. Weil die scheiß Straße schon seit... Boah leck mich am Arsch alter. Das ist nicht gut. Das war schmackig ja. Das war auch ein ziemlich fettes Auto. Ja manche fahren im Sommer bzw. wenn es heiß ist ein bisschen unvorsichtig. Vor allem gegenüber Motorradfahrern. Ich bin eine Biene. Geh weg. Biene. Sorry. Ich bin allergisch. Allgärisch. Wow. Das hat auch was. Wird grün. Schuld um. Komm die Fußgängerampe ist doch schon rot. Oh. Wolle Rose kaufen. Jetzt ist es grün. Sorry. Kleiner Spaß am Rande. Ein bisschen Spaß muss sein. Das ist ganz fein. Boah Schienen. Ich hasse Schienen. Ich hasse Schienen. Au. Au. Also die Straßen ne. Teilweise. Brauchen mal eine Neuerung. Echt jetzt? Die sind schon ganz kaputt. Der nächste Winkel kommt bestimmt. Sinter. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist mein Smarty. Hier ist übrigens ganz fett. Der Adag. Jawoll. Ey mein Fuß schläft schon wieder ein. Wieso schläft immer mein Fuß ein? Sitze ich da irgendwie falsch drauf oder was? Na gut man benutzt ja die ganzen Muskeln ne. Ja. Leute. Dann würde ich mal sagen. Ich freue mich schon aufs Abendessen. Ich wünsche euch. Einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Einen kurz Nächtler. Oder was auch immer. Ihr gerade macht. Viel Spaß. Und sagt dann. Tschö mit Öl. Bis zum nächsten Video.